Waschbären-Notruf in Washington von süß zu aggressiv in Sekundenschnelle Die Frau im Kitsap County in Washington fütterte jahrelang eine Waschbärenfamilie. Doch als die Zahl der Tiere plötzlich stark anstieg, wurde die Situation zunehmend problematisch. Die Waschbären wurden aggressiv und die Frau fühlte sich bedroht. Schließlich entschied sie sich, den Notruf zu wählen, um Hilfe zu bekommen. Die örtlichen Behörden reagierten schnell und schickten Experten, um die Situation zu klären. Es stellte sich heraus, dass das Füttern der Waschbären nicht nur illegal war, sondern auch gefährlich für die Tiere und die Frau selbst. Die Waschbären wurden eingefangen und an einen sicheren Ort gebracht, während die Frau eine Verwarnung erhielt und über die Risiken des Fütterns wilder Tiere informiert wurde. Es ist wichtig zu verstehen, dass wild lebende Tiere nicht als Haustiere gehalten werden sollten. Auch wenn sie zunächst niedlich erscheinen mögen, können sie gefährlich werden, wenn sie sich an die Nähe des Menschen gewöhnen. Der Notruf der Frau diente nicht nur ihrem eigenen Schutz, sondern auch dem Wohl der Waschbären. Es ist wichtig, verantwortungsbewusst mit wilden Tieren umzugehen und sie in ihrem natürlichen Lebensraum zu belassen. Das ist wichtig, verantwortungsbewusst mit wilden Tieren umzugehen und sie in ihrem Leben zu haben.